Und das vergisst man nicht. Ich habe auch noch den Ball hier zu Hause. Also der Ball, mit dem du das Tor in Regensburg geschossen hast, ist hier. Ich würde sagen, der gehört auch noch hier in die Sammlung, oder? Kannst du den mal holen? Ja, ich hole den schnell. Ah, im Schlafzimmer ist der Ball. Wahrscheinlich am Kopfkissen immer. Also ich schlafe nicht mit dem Ball, aber den habe ich da gebunkert. Da kann man auch noch sehen. SSV Jan Regensburg und das ist, glaube ich, eine ganz schöne Erinnerung an den Moment.